Star Citizen Geschichte Empire of Earth an und beleuchten seine Geschichte. Nachdem die Menschheit anfing das Universum zu erkunden und neue Planeten zu besiedeln, begann die Regierung von Terra langsam zu erkennen, dass sich die Bevölkerung der Planeten nicht selber regieren können. Erst 2380 jedoch wurde beschlossen, dass es an der Zeit ist, eine geeinte Regierung zu erschaffen. Diese erste planetare Regierung hieß United Nations of Earth, kurz UNE. In den nächsten Jahrhunderten wanderten mehr und mehr Menschen auf die frisch terraformten Planeten aus. So kam es, dass im 26. Jahrhundert ca. 70% der gesamten Menschheit in anderen Systemen und Planeten lebten. Diejenigen, die außerhalb des Systems wohnten, fühlten sich durch die United Nations of Earth nicht genügend repräsentiert. Aus diesem Grund wurden Petitionen zur Umstrukturierung des UNE eingereicht. Nach fast 200 Jahren Regierung durch die United Nations of Earth wurde diese zu den United Planets of Earth, kurz UPE. Diese neue, bessere Regierung erweckte das Tribunal des High Secretary, verantwortlich für den Erhalt der Infrastruktur, des High Generals, verantwortlich für Expansion und Sicherheit und des High Advocate, verantwortlich für die Durchführung des Gesetzes. Dieses Tribunal stand mit einem Senat, gewählt aus Veteranen jeglicher Planeten, an der Spitze der Regierung. Wir schreiben das Jahr 2541. Die UPE wurde mit der ersten Herausforderung einer systemweiten Regierung konfrontiert, als ein Erkundungstrupp, die Tevarin entdeckte, eine Kriegsrasse, die als erste extraterrestrische Rasse Krieg mit den Menschen anfing. Während der Zeit des Ersten Krieges stachen die Aktionen eines jungen Offiziers namens Ivar Mesa besonders hervor. Nach dem Krieg wurde er durch Rekrutierungsposter des Militärs bekannt. Diese Berühmtheit benutzte er dann, um eine politische Karriere anzutreten. Seine Leidenschaft und Rücksichtslosigkeit brachten ihn schnell auf den Platz des High General. Während seiner Zeit im Amt kritisierte er das Tribunalsystem. Seiner Meinung nach verlief sich das System in endlosen Debatten, wenn ein direkter Weg eher angebracht wäre. Er begann dann, sich dafür einzusetzen, eine Position des ersten Sternenbürgers zu schaffen. Diese Position sollte sich alle Argumente zu bevorstehenden Entscheidungen anhören und über den Ausgang entscheiden. Natürlich war er geschockt, aber auch sehr geehrt, dass er diese Position einnehmen sollte. Zum Ende des 27. Jahrhunderts waren die Tevarin bis an den äußersten Punkt der Galaxie verdrängt worden. Dort wurden sie neu organisiert unter der Führung von Kortal, welcher einen neuen Angriff gegen seine Erzfeinde führte. Dieser Krieg, bezeichnet als der Zweite Tevarianische Krieg, festigte Messers Macht. Er enthob den High Advocate und den High Secretary des Amtes und erklärte sich selbst zum Imperator des neuen United Empire of Earth, kurz UEE. Fast 200 Jahre lang expandierte die Menschheit in das Universum, neue Kolonien wurden gegründet, Terraforming wurde in einer nie dagewesenen Weise betrieben und ein Ende war noch lange nicht in Sicht. Während dieser Zeit übertrug sich der Titel des Imperators an die Kinder und Kindeskinder von Ivar Mesa, jeder noch gieriger und grausamer als der vorherige. Es war die Zeit von militärischer Unterdrückung und des Faschismus. Der Imperator benutzte sogar die Bedrohung der Xian und Vendul, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Der Widerstand wuchs und die Repräsentanten von Terra versuchten immer wieder den Status des Imperators abzuschaffen, jedoch verschwanden sie immer kurz danach. Es änderte sich nichts bis zu dem berüchtigten Massaker von Garen II, welches den Widerstand in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte. Der kleine Planet Garen II wurde vom Imperator Messar XI an ein Terraforming-Projekt verkauft. Dieses zerstörte die komplette Atmosphäre und tötete jegliches Leben auf dem Planeten ab. Als die Videos des Projekts im Spektrum auftauchten, brachten sie das Fass zum Überlaufen. Aufruhen brachen aus und die Untergrundbewegung versuchte die Flammen der Revolution weiter anzufachen. Dieser Bewegung schlossen sich auch Mitglieder des Xian-Imperiums an. Diese halfen dabei, Anführer der Revolution durch das UII-Imperium zu schmuggeln. Am 3. Mai 2792 wurde der Imperator gestürzt. Der Platz wurde von Aaron Toy eingenommen, welcher das Tribunalsystem wiederherstellte. Von da an war die Position des Imperators nicht mehr ein Erbtitel, sondern eine Position, die auf 10 Jahre begrenzt gewählt wurde. Das neue UII-System versuchte verzweifelt, die Jahrhunderte der Unterdrückung richtigzustellen. Kurz danach trat das Faire-Chance-Gesetz in Kraft, welches verhindern sollte, dass Planeten mit einem bestehenden Ökosystem durch Terraforming zerstört werden würden. Der nächste Schritt der UII war es, The Ark zu gründen, ein Aufbewahrungsort des galaktischen Wissens. Als finalen Schritt riefen sie Synth World ins Leben, um nie wieder terraformen zu müssen. Bis zum heutigen Tage hat die Regierung die gleichen Gesetze beibehalten. Das Projekt Synth World war ein großer Misserfolg, obwohl es mehrfach Versuche gab, das Projekt wieder in die richtige Schiene zu lenken, fehlte irgendwann das Geld. Als nächstes wollen wir uns einen Überblick über die Macht im Empire verschaffen. Über allem steht natürlich der Imperator. Während der Messer-Ära wurde er der uneingeschränkte Diktator. Nach der Revolution von 2792 ist die politische Macht des Imperators eingeschränkt worden. Er wird nun direkt vom Volk gewählt. Die Legislaturperiode ist zehn Jahre und die Möglichkeit einer Wiederwahl ist ausgeschlossen. Der Imperator ist auch in 2943 noch dafür da, die letzte Entscheidung zu treffen. In Ivar, Messers, Warton, jedes Raumschiff braucht einen Kapitän. Alle Gesetze und Anträge müssen dem Imperator vorgelegt werden. Er kann sie dann genehmigen oder sein Veto aussprechen. Als nächstes kommen wir zum High Secretary. Er ist der Chef über alles, was innerhalb des Imperiums gebaut, gesendet oder produziert wird. Seine Macht reicht von der Kommunikation und dem Transport über die Energieversorgung bis hin zur Landwirtschaft. Jede Gesetzesinitiative aus dem Kongress, welche die Infrastruktur betrifft, bekommt der High Secretary zur Einsicht, bevor er sie dem Imperator weiterleitet. Als nächstes kommen wir zum High Command. Als Messer seine Machtbefugnisse immer weiter ausbaute und die Position des Prime Citizens zu der des Imperators verwandelte, besaß der Imperator auch den Oberbefehl über das Militär und machte so die Stelle des High General, die es vorher gab, überflüssig. Er gründete das High Command, was letztlich ein Ausschluss der höchsten Würdenträger der verschiedenen Zweige des Militärs ist. Diese sind ausschließlich dazu da, den Imperator in Militärangelegenheiten zu beraten und letztlich seine Befehle umzusetzen. Als nächstes und letztes kommen wir zum High Advocate. Im Grunde ist es der höchste Staatsanwalt der UII. Er ist damit betraut, Gesetze durchzusetzen. Das betrifft nicht nur Recht und Ordnung im Allgemeinen. Er muss auch dafür sorgen, dass neueste imperiale Gesetze vor allen lokalen Regierungen umgesetzt werden. Als letztes kommen wir noch zum Punkt der Diplomatie. Zur Rasse der Vendul gibt es keinerlei Diplomatie vom United Empire of Earth. Die ganze Beziehung zu dieser Rasse ist in Blut geschrieben. Niemals haben die Vendul in irgendeiner Weise mit der Menschheit offiziell Kontakt gesucht. Sie sind ein Nomadenvolk, das sich ständig in internen Kämpfen zwischen den Clans befindet. Dementsprechend gibt es auch keine zentrale Macht oder gar eine Regierung, mit der man verhandeln könnte. Alle paar Jahre unternimmt ein verrückter Politiker oder Diplomat einen Versuch, die Hand zu den Venduls auszustrecken. Wenn sie dabei Glück haben, finden sie keine Vendul. Die meisten Menschen sehen die Vendul mittlerweile als Laune der Natur, wie ein Tsunami oder ein Tornado. Die Vendul gehören einfach zur grausamen Realität des Universums dazu. Als nächstes kommen wir zum Xi'an Imperium. Über lange Zeit der Erde feindlich gesinnt, aber in den letzten Jahren wurden die Beziehungen freundlicher gestaltet. Das United Empire of Earth hat große Anstrengungen unternommen, mit den Xi'an nach den Konflikten der Mesa-Ära wieder zusammenzufinden. Deshalb forderte die UII den regen Handel über die Grenzen hinweg. Jedoch konnten alte Wunden und Vorurteile nur schwer aus der Welt geschafft werden. Während das United Empire of Earth den Frieden propagierte, sind die Xi'an eine hochgerüstete und gut organisierte Zivilisation mit langen Lebensspannen. Wachsamkeit ist also trotz aller Freundschaft angezeigt. Als nächstes kommen wir zum noch recht unbekannten Volk der Kr-Tak. Ich hoffe ich spreche das richtig aus. Ihre Existenz wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt. Das nächstgelegene von den Kr-Tak kontrollierte System liegt auf der anderen Seite des Xi'an Imperiums. Wir wissen sehr wenig über sie, da auch die Xi'an nicht besonders erpicht darauf sind, uns dieses Wissen mitzuteilen. Sie scheinen selbst ungelöste Konflikte mit den Kr-Tak zu haben, die von einem Jahrhunderte dauernden Krieg herrühren. Den sogenannten Spirit Wars. Das United Empire of Earth hat noch keinen formalen Kontakt mit der Rasse hergestellt, da man die Beziehungen zu den Xi'an nicht belasten möchte. Es gibt aber mit Sicherheit Pläne gemeinsamer Natur, mit den Kr-Tak in Kontakt zu kommen. Allerdings bewachen die Xi'an ihre Grenzen unheimlich effektiv. Als letztes kommen wir noch zum Volk des Banu-Protektorats. Unser erster Kontakt. Die Banu sind grundsätzlich wenig bis gar nicht organisiert. Jeder ihrer Planeten ist eine Welt für sich, mit einer eigenen Regierungsform, was die Interaktion mit ihnen als Rasse sicherlich erschwert. Auf der anderen Seite hat dies aber auch der Menschheit während der Mesa-Ära erspart, alle Banu gegen sich aufzubringen. Es gibt gelegentlich Grenzkonflikte mit den Banu, die im Wesentlichen von kriminellen Elementen auf der Flucht vor dem Gesetz ausgelöst wurden, wenn sie in Banu-Territorien eindrangen. Die Banu lieben den Handel, sie sagen, alles hat seinen Preis, alles ist kaufbar. Das soll es gewesen sein zu unserer kurzen Reise ins Reich des United Empire of Earth. Ich hoffe, das hat euch einige neue Informationen gebracht und ich hoffe natürlich auch, dass euch dieses Video gefallen hat. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, wegtreten! ... ... Vielen Dank.